Grüß euch Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast, denn gestern wurden die Märkte richtig stark durchgerüttelt. Der Bitcoin, genauso wie die ganzen Aktien, Indexe und Co. haben wirklich viel Volatilität gesehen. Wir haben nur alleine am gestrigen Tag eine Upside und natürlich auch eine Bitcoin-Downside von 5% gesehen. Das ist eigentlich ganz schön viel, wenn man sich die kurzen Timeframes überlegt, über die Volatilität dann auch wirklich gezeigt wurde. Wir schauen uns heute den Chart an, weil es vielleicht schlecht aussieht, weil es vielleicht gut aussieht, wiegen ein bisschen ab, was für Möglichkeiten aktuell entstehen und schauen uns natürlich auch einfach die Nachrichten an. Denn der Bitcoin, er hat ja dieses Fake-Out gehabt aus dem Rising Wedge mit einer 4-Stunden-Candle, die außerhalb und unterhalb geschlossen hat, was richtig, richtig schlecht war. Und zum Glück kamen wir doch die positiven Inflationszahlen dann wirklich wieder hoch, sind nach oben hin ausgebrochen, haben die 4-Hourly-Ribbons als Support genutzt. Und ja, jetzt stehen wir halt da, haben gestern eine Ohrfeige bekommen von Herrn Powell. Der hat jetzt tatsächlich gesagt, naja, die Interest Rates werden erst wieder runtergehen, wenn die Inflation sich zur 2%-Marke nähert. Und das könnte nur meiner Meinung nach, gerne, wenn du eine andere Meinung hast, in die Kommentare damit, ziemlich bald sein, weil die Inflation wird ja gemessen aufs Vorjahr. Und genauso wie die Zahlen letztens veröffentlicht wurde, war es ja auf ein Jahr gemessen. Und dass wir nochmal 10% Teuerung auf die Preise vom letzten Jahr sehen, boah, das wäre natürlich böse, aber denke ich nicht, dass das passieren wird. Und schon alleine, dass jetzt an der Tankstelle wieder ein bisschen günstiger wird und der Strom, ja, schauen wir mal, wo sich das hin entwickelt. Auf jeden Fall denke ich, dass das Preisniveau aktuell schon so hoch ist, die Inflation, die wir gesehen haben, so hoch war, dass wir jetzt vielleicht die 2% eh annähern könnten, weil natürlich eine sinkende Inflation heißt nicht sinkende Preise, sondern nur eine sinkende Geschwindigkeit der Teuerung. Und ich glaube, das könnte kommen, weil wenn es jetzt nochmal 10% teurer wird und wir schon eine 10% Jahresinflation hatten, dann wären das ja 11% auf die Vorjahresgesamtsumme und Co. Also ich denke, dass dieses Ziel von 2% eh machbar ist, schneller oder langsamer. Wir werden sehen, auf jeden Fall, month to month, in einem Jahr, wird es eher in die Richtung 2% gehen. Und wenn wir eine Deflation sehen würden, dann hätten wir ja quasi eine jährliche Inflation mit einem Minus vorne dran, also unter 0. Das hat natürlich dann wieder ganz andere Folgen und ist so ein kompliziertes Konstrukt an Wirtschaft. Wir schauen uns einfach mal den Bitcoin-Kurs an und den Chart, denn wir haben gestern auch viel getradet. Unter anderem, da habe ich eine Aufnahme gemacht von den Spotgrids. Ich zeige euch mal, wie die gestern gewerkt haben in 8-facher Verschnellerung, denn eben durch das Rauf und Runter ist es natürlich ein Traum für dieses Grids. Ihr seht hier mal, wie viele Orders da tatsächlich die ganze Zeit gekauft und verkauft wurden, gekauft und verkauft, gegenüber den Holding-Positionen, gegenüber den Stablecoins und was auch immer, hat sich bei den Grids wirklich, wirklich viel getan. Natürlich diese Volatilität, der Bot kauft alle paar Dollar, wenn der Bitcoin fällt, automatisch ein. Und ja, sobald es dann nach oben geht, seht ihr, der verkauft wieder, verkauft wieder in minimalen Beträgen. Also das sind paar Dollar, die hier immer gekauft und verkauft werden. Aber das so automatisch und automatisiert, das hat gestern einfach Spaß gemacht, ein bisschen zum Zusehen. Das ganze Video, wie du dir so einen Gridbot erstellst, kostenlos, ohne Gebühren. Das Ganze, was ihr hier seht, hat ohne Gebühren stattgefunden, weil auf BitGate sind die Spotkäufe gebührenfrei. Und ich gehe das Ganze ohne Hebel an, hat es wirklich einfach nur gekauft und verkauft und ein paar Prozente einfach rausgeholt. Und genau, das ist ziemlich brauchbar. Und soll man dann natürlich wieder auf die 8400 hochkommen, haben wir natürlich die maximalen Gains, auch jetzt von dieser erneuten Kaufzone, weil man muss natürlich auch dazu sagen, dass hier gekauft wird, hier, 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 bei jedem kleinen Abstand nach unten. Und natürlich nur was mit einem Wig nach oben gefressen wird, schließt sofort im Plus. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel noch ein paar Bitcoin-Käufe, die in der Luft hängen. Aber eben sobald wir da wieder raufkommen, zieht es hier wirklich die Gewinne von den tieferen Tiefs auch mit. Und über diese Seitwärtsbewegungen von Bitcoin, die wir ja hier wirklich schon Wochen und Monate lang einfach nur passieren sehen, und man sich dagegen irgendwie gar nicht wehren kann, weil es einfach passiert. Und als Hodler, da tut es schon weh, hier irgendwie zu verkaufen oder so. Aber wirklich die Stablecoin-Positionen hier zu halten. Wenn es mal nach unten geht, ja, dann hat man hier offene Kauforders mit drinnen. Das ist einfach so. Es ist auf jeden Fall Dollar-Cost-Average mit richtig krassem Trading dahinter, das komplett automatisiert geht, einfach gebührenfrei. So lasse ich das auf jeden Fall für mich, diese volatilen Phasen ausnutzen. Und wie schauen wir denn jetzt aus? Denn tatsächlich, unser Falling Wedge hat ein Fake-Out nach unten. Wir könnten jetzt auch das Ganze als Fake-Out nach oben sehen. Wir können es nicht ausschließen, hier einfach nochmal durch zu crashen. Ich persönlich war ja tatsächlich short, als wir dieses Fake-Out nach unten gesehen haben. Eine 4-Hourly-Candle ist drunter geschlossen. Und wo hatte ich die Stop-Loss? Bei 18.600. Und dann gestern wurde mir das Event einfach zu wild. Ich habe dann einige Positionen geschlossen. Eine Long bei 18.300. Die Short bei 18.100. Einfach, weil das zu bunt wurde. Und dann schlussendlich hat sich bei mir die Statistik folgendermaßen verändert. Also das Ganze hat sich gestern plus minus null dann ausbalanciert, weil mir die ganze Sache ein bisschen zu heiß wurde. Und ich mir dachte, okay, ich schließe jetzt lieber Positionen, bevor wir entweder ganz nach oben hin durchbrechen sollten. Eine super bullische Press-Conference werden und wir super gute Aussichten bekommen. Habe dann aber auch leider meine Short vor der Stop-Loss hier oben zugemacht, die jetzt nicht im Minus so stark wäre. Schade, schade. So ist mir das im Endeffekt nicht gelungen. Man sollte diese Events auch nicht traden. Aber ich dachte mir, ich bin einfach immer long und eine Short-Hedge zu haben. Und habe es dann suboptimal gemacht. Plus minus null so mein Spiel fast leichter Verlust. Weil nur verhältnismäßig, dass ihr seht, ich habe auf meinem Trading-Konto 1800 Dollar drauf. Und alleine die Grids, die ich hier auf Bitgeld nutze, sind knappe 6.000 Dollar. Darum passt mir das so weit. Es ist jetzt eine Spielerei und ich werde auf jeden Fall schauen, weitere Long-Positionen aufzubauen. Wo werde ich das machen? Da ist immer noch mein Ziel, eher wenn wir diese Support- bzw. Widerstandslinien noch einmal antreffen sollten. Genauso auch, wenn wir lowere Lows unter die 15.000 sehen. Ich habe auch noch Limit-Orders bei 15.400, die gerade nicht gegriffen haben. Aber vielleicht werden sie noch abgeholt. Ich hoffe, nichtsdestotrotz, dass wir über den Daily EMA Ribbons bleiben. Das wäre natürlich super wichtig. Wir hatten Fake-Outs leider hier einmal. Hier ein sehr, sehr trauriges Ende hat das Ganze genommen. Und da wirklich einmal dran zu bleiben, ein bisschen bullisches Momentum aufzubauen, den Retest von diesem Falling Wedge zu sehen, ist jetzt die Spekulation dahinter. Ich bleibe weiterhin in meinen Long-Positionen. Da denke ich mir, ist immer noch die größte Möglichkeit und werde immer vergrößern. Weil wo will Bitcoin denn noch hingehen? Wird er auf 10.000 runtergehen? Ich weiß es nicht. Meine Prognose für 2023 ist, dass wir mindestens einmal die 30.000 Dollar sehen im Bitcoin-Preis. Ob wir die dann natürlich bis zum Ende des Jahres halten oder auch wirklich nur so ein kleines Blow-off-Top sehen wie hier. Boah, das wird dann schwierig einzuschätzen. Nichtsdestotrotz, ich bin weiterhin bullish auf Bitcoin. Es wird gekauft, es wird akkumuliert. Ende des Jahres habe ich dann auch meine Bilanzen drinnen und sehe, was mir nachsteuert bleibt. Und es wird einfach nicht mal gekost-averaged. Ich glaube, ich haue dann einfach mal einen großen Batzen wieder rein. Meinen Nachkauf teile ich dann mit euch hier. Geplant ist auf jeden Fall über einen Bitcoin noch zu kaufen, solange er unter 20.000 Dollar ist. Zu unserem Gewinnspiel mit unseren 12 Private Keys, Leute. Ich habe hier auf meinem Zettel stehen und es sind alle durchgestrichen gestern im Video, wurde das letzte Wort veröffentlicht. Und tatsächlich schon nach 10 Minuten oder ich glaube 15 Minuten kamen die ersten Leute und haben mir geschickt, hey, das Wallet ist leer. Und ich dachte mir so am Anfang so, boah, das ist eigentlich, ja, vorherziehbar gewesen, dass irgendwer mit einem Bot oder sonst was da rein geht und das einfach sehr, sehr schnell löst. Das Problem war natürlich bei Private Keys, das ist anonym, das kann jeder sein. Und eine Wallet-Adresse, die das empfängt, kann auch jeder sein. Und da hatte ich mich schon fast ein bisschen gesorgt, dass jetzt die Leute denken, dass ich mir das selber genommen habe. Zum Glück haben die Leute, die das Wallet leergerollt haben, das öffentlich gemacht, haben gesagt, okay, wir haben das Geld und dies, das, ananas. Da bin ich natürlich froh, also ihr seht, ich stecke mir das nicht selber ein. Das ist so der größte positive Punkt an dem, dass es leider so schnell leer geworden ist. Aber ich habe das schon in meine Telegram-Gruppe reingeschrieben und zwar für Twitter gibt es ja einen Random Comment Picker und ich habe zufälligerweise auch Twitter. Wenn du noch nicht auf Twitter bist, mach deinen Account. Das könnte definitiv irgendwie das Social Media der Zukunft werden wegen Meinungsfreiheit, Elon Musk und Co. Also wirklich cool, was sich da tut. Und folge mir da und folge deinen Krypto-Leuten, weil auf Krypto-Twitter passiert richtig viel schnelle Infos, gute News. Was werden wir da machen? Ihr dürft unter meinen Tweets kommentieren, das werde ich in jedem Video sagen, okay, hier einmal drunter kommentieren. Dann könnt ihr da drauf gehen, schreibt einen Kommentar da rein, das war nur der Test-Ding und das ist schon mal gut, dass ihr da alle drunter kommentiert. Und ich werde genau von diesem Tweet, nur für das nächste Gewinnspiel, beim nächsten ist es dann wieder ein anderer Tweet, werde ich den Random Comment Picker nehmen. Was passiert, wenn ich dich dann zufällig ziehe? Ich schreibe dir eine Privatnachricht, grüße dich, du bist aus den Kommentaren gezogen worden, sende mir die zwölf Wörter. Also du brauchst trotzdem noch die zwölf Wörter aus meinen Videos, um gewinnen zu können. Und dann mir per PN schicken. Nicht deine eigenen Private Keys, weil Leute, ich gehe davon aus, es passiert leider immer wieder, dass irgendwelche Fake-Scam-Bots hier die Kommentare durchforsten werden, die Leute anschreiben werden. Und vielleicht bekommt ihr auch von Scammern irgendwelche Nachrichten. Gebt nur die Keys aus den zwölf Videos her und sonst nichts, ganz wichtig. Wenn die zwölf Wörter korrekt sind, sende ich dir 50 Dollar auf den Metamask. Und wenn du dann nachweisen kannst, dass du schon vor Dezember in unserer Telegram-Gruppe drinnen bist und Abonnent warst von diesem YouTube-Kanal, dann werde ich dir eine 50 Dollar auf 150 erhöhen. Einfach so als Belohnung für die, die schon länger drinnen sind, aber auch das Neue definitiv gewinnen können. Entweder es gewinnen viele neue oder wenige aktuelle Langzeitzuseher. Das Gewinnspiel wird jetzt aufgeteilt in die 1500 Crowd, die ich ja noch abgebucht hatte von der Gewinnspiel-Wallet. Zweimal 150 Dollar, vielleicht auch sogar noch ein drittes Mal, je nachdem wie viele Commissions ich auf BitGet noch bekomme. Also von diesen Trading Referral Links, wenn ihr da irgendwelche Leverage-Trade macht, bekommt ihr über meinen Link 15% Rabatt auf die Gebühren. Und ich bekomme Anteile eurer gezahlten Fees als Referral Commission. Wie gesagt, sollte das noch ein drittes Mal auf 150 Dollar gehen, dann werde ich da auf jeden Fall dreimal 150 Dollar draus machen. Und unser Jihani-Gewinnspiel, Dingsdebums-Wallet, da sind jetzt vier Jihanis noch claimable. Ich denke, das werden noch ein paar, jeden Tag kommen dann so 0,3 circa dazu. Die werden wir dann auch verlosen. Also es gibt noch genug zu verlosen, das Gewinnspiel-Wallet ist halt schon leer. Und jetzt geht das Ganze hier auf Twitter weiter. Einfach kommentieren und wenn ich dich ziehe, dann schreibe ich dir das Ganze. Und dann sollten die Gewinne aufgeteilt werden auf 5, 6 Personen, sowas um den Dreh herum. Ich wünsche euch wie immer viel Glück dabei. Folgt mir auf jeden Fall. Sei auf jeden Fall Abonnent dieses Kanals, wenn du keine weiteren Gewinnspiele verpassen möchtest. Es gibt auf diesem YouTube-Kanal weder Video-Werbung noch bezahlte Sachen. Die mache ich, wenn dann irgendwo mal einen Twitter-Post oder so gekennzeichnet. Und sonst bleibt dieser Kanal werbefrei. Das Einzige, wie ihr mich unterstützen könnt, ist mit Daumen nach oben, Algo-Push, Kommentar unter den Videos. Und natürlich auch, wenn ihr meine Links auf die Börsen benutzt. Ihr bekommt dann natürlich Vorteile mit Gebühren-Reductions und ich kann da natürlich coole Gewinnspiele machen. Wie auch immer, es hat mich sehr gefreut. Gerne auch dein Feedback und Meinung dazu, wie das Gewinnspiel abgelaufen ist und wie es jetzt ablaufen wird mit dem restlichen Betrag. Und wir sehen und hören uns dann definitiv im nächsten Video, sonst auch in der Telegram-Gruppe. Wir sehen und hören uns. Ciao, ciao. Ciao.